Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind immer noch bei The Forge. Ich bin immer noch euer Mr. Venom1974. Und wir sind jetzt wahrscheinlich im Totenreich. Das ist Rusty Nailbender. Und das ist ein Dead One. Hallo! Wie geht's denn so? Meine Worte. Er ist hideous. Ich dachte, mein Körper sah schlecht. Ah, er hatte noch schlechtere Zeiten als du. Mein Vater hat mir Geschichten erzählt. Er muss sich einer der mittenen Menschen sein. Er erhebte von den Händen von der Außenwelt. Er befestigt in einem nicht endendlichen Nachtmärz ihrer eigenen Macht. Er hat wohl einige schreckliche Dinge in seinem Leben getan. Um die Eternität so zu spenden. Ich bin glücklich, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Ich bin glücklich, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Ich glaube, dass ich da etwas sehe. Es sieht aus wie... ein Pond. Hä? Wo siehst du denn das? Da ist nichts, ne? Hat ja auch nie wirklich was angezeigt. Da siehst du schon was... ...was ich nicht sehe. Ach, da ist was! Ha ha ha! Willkommen bei den Schweden! Wir können uns betreten. Ich sehe viele Schweden, die in den Warten eines schrecklichen Pond. Hm? Es sieht so kalt und furchtbar. Aber es ist nicht mein Bestand. Okay, da will er also nicht hin. Okay, da will er also nicht hin. Haven, Haven, Haven... Na, und so dahin? Es sieht so aus wie eine Art von fortifizierten Haven. Könnte es das legendarische Stainless Haven sein, das mein Vater mir immer erzählte, als ich jünger war? Ich glaube, es gibt nur einen Weg, um es herauszufinden. Hallo? Ist jemand hier? Aha! Es muss ein Formann sein. Das ist ein Formannsbruch, das er machte. Etwas... ...Gloves. Odd. Aha! Der Rest von ihm ist von Kastion. Etwas... Etwas... Okay. Der Rest von ihm ist von Kastion. Und dann wird der Rest von ihm sein. Hallo, Wellrot. Willkommen zurück. Der Kaffee ist meine Wohnung. Ah, ja... Na, der Kaffee war einmal alle unsere Hände. Für mich und für viele generatoren von Blacksmith, die nun hier liegen. Also, das ist wirklich ein Stainlesshaven? Natürlich ist es! Ein Hephaestus, willkommen! Jetzt bitte, aufhören! Oh, schön! Du erzählst mir, junge Neilbanger! Ich erinnere mich nicht über Statuen, wie diese. Aber sie sind unglaubliche Kastungen, muss ich sagen. Sie spüren von deiner Seine, nicht meiner. Ist es nicht alles, was du kennst? Würmen sagt mir noch NICHTS! Komm, fangen wir mit dem Schwan an! Das Bobbing-Kind schaute nach Schwaben. Eine Schwaben! Eine Schwaben? Sie sieht aus wie ein Shepherdskrug. Ich frage mich, was ihr Name ist. Sie ist schön. Es ist schade, dass wir uns nie kennengelernt haben. Sie ist schön. Den solltest du kennen. Was hat Bobbing für dich getan? Das war so schade. Was war so schlecht? Du musst mich kommen und essen essen! Du musst dich sehr wütend haben. Du musst ihn haben. Hier ist etwas, das ich erinnere. Ich werde dich aufwarten, Bobbing. Richtig. Du musst dich aufwarten. Verdammt dich, Bobbing! Lass den Dragegern dich essen, Bobbing! Weavers! Baaah! Bobbing? Was ein schade Name! Verdammt den Hütten! Er schlägt aus woher! Und dann... Ah! Schön! Achievement! Das sind die Achievements, also da... Genau! Und so müsst ihr die dann einprägen. Ich meine, jetzt habe ich den Vorteil. Ich habe es jetzt auf Video! Und dann kann man die dementsprechenden Rewards dann halt auch so eingeben. Mit der Kombination. Ihr seht ja schon, ne? Hier haben wir schon einen wunderbaren Bezug. Nach mir. So. Jetzt habe ich mit allen gequatscht, und nun? Ich habe eine Frage für dich. Bitte, weiter. Diese Statuen? Sie sind von meinem Leben, nicht wahr? Niemand anderes. Dann warum nicht ich die meisten von ihnen nicht erinnern? Ich bitte Ihre Entschuldigung. Die Frau und die Schwung. Sie wollen nichts mit mir. Kein. Diese Bilder kamen von deinem Leben. Du musst wissen diese Objekte. Schau mal wieder. Think harder. Ich glaube, das wird nicht helfen. Sie sind nicht mit mir familiar. Entschuldigung. Ich bin froh. 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 Kann ja auch mal vorkommen. Wie kann man diese Dinge nicht wissen? Unless... Unless... Unless deine Geschichte nicht fertig ist. Aber das ist auch nicht möglich. Was ist das Ruckus? Ich spinne mal wieder rum. Wo bist du denn? Aus der Weg! Lass mich in! Was denkst du hier, Buchmeider? Bitte, ich weiß, dass das nicht das Ort für meine Gilde ist. Aber du musst mich in! Ich werde dich in so etwas tun. Es ist meine Somme von Ophel, um die Pürzüge in diesem Sanctuary zu保fieren. Es gibt keine Zeit. Es ist mir schützt! Was ist dich schützt? Eine Mose! Ich habe mich überrascht, um eine Mose aufzunehmen, um eine Detailung aufzunehmen. Wenn diese ganze Dimension erschöpft! Soll ich das! Als nächstes ich weiß, ich werde eine Mose auf meine Hälfte sein! Das ist klar. Er ist hellbentig, ich sage dir. Das ist sicher nicht möglich. Du denkst nicht, dass du das Wort überwendest? Oh nein, hier kommt er. Bitte. Na, 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 na. Da bist du, kleine Morsel. Du bist so schnell. Ich habe mich immer wieder hier gefangen. Es ist schön, dass du mich hierher gebracht hast. Geh weg von mir. Ich werde alles, was du möchtest. Unfortunately, ich kann nicht. Du siehst, Chaos hat uns freut. Und uns eine irresistible Bargange. Wir sind. Wir sind. Just leave me be! It's a shame all of my fellow blacksmiths are safe beyond that portcullis. Oh, how I would have loved to say hello! On second thought, good sir. Why don't you open the gate for me? And how about you do this? Now! Never mind! Neither you nor Chaos will ever reach this gate. What's the problem? We're all dead, they can't kill you or anyone else in there. All dead? Not true. Actually, I'm a living healthy member of the Guild of Bookbinders. I've just been sent here through a ritual performed by the Guild of Mages. I was supposed to do some research and write a detailed account of my discoveries. What? Are you telling me you're not dead? Not at all! Not yet, maybe? Kann man ändern, genau. Ahhhh! Erinnert es tatsächlich! By the forge! This is impossible! If you say so, I'm sure this guy here would disagree. I would have thought I'd have more time. Where do you think I'm coming? To claim our new arsenal! 10.000 new blades! To slaughter those who oppose Chaos! 10.000? Hmmhm... Does this mean... ...you can't? monuments there are your descendants! Your own people! And the ones who lynched me, murdered my family by association! You monster, you deserve it, I'm sure. Vielleicht. Aber sie verdienen, was gleich wiederkommt. Wie das schreckliche Chaos beginnt als Reine. Mit dem Begriff der Forge! Oh, die Kraft, die es hält. Wir kämpfen dich. Wir werden alle. Wir können nicht. Ich kann es fühlen. Ihr werdet verlieren. Alle, die die Kraft des Chaos in ihnen tragen, werden wir nicht. Dann werde ich sie verletzen. Ihr könnt es versuchen. Im Zeitpunkt. Chaos wird in diesem Ort so gut verletzen. Nimm deine Friede, eine Klasse. Komm zurück! Rusty, nein! Er ist tot. Ich frage mich, was mit seinem Seelen passieren wird. Interessante Frage. Er ist noch nicht so. Er ist noch nicht so. Er ist noch nicht so. Aber später wird er ausgerufen. Und als es bereits auf der Außenkirchen wird, wird es schon auf der Außenkirchen. Es wird hier sein, nicht wahr? Das ist nicht so, dass jemand in diesem Ort sterben kann. Aber zumindest seine Säule wird nicht in der Mitte geblieben. Der Schlepp ist nicht so, Rosty. Das ist nicht so, Rosty. Das wäre so, Rosty. Das ist nicht so, Rosty. Das wäre so, Rosty. Das führt zu der Forge zurück? Das führt zu der Forge? Das führt zu der Forge. Rosty, Rosty. Die Realität ist Terran. Es müssen zahlreiche Fische über die Außen. Ja, das ist auch. Jeder führt zurück zu den restlichen Plänen des Innern. Die Todes werden dort durch Chaos getrennt. Sie werden dort über die Außen. Aber mein Vater, die Gilde... Was von ihnen? Mit dem aktuellen Zustand von Dingen? Die, die auf dem Innern sterben, ihre Säulen gehören zu Chaos. Schöne, dass die, auf dem Innern, die Macht zu resisten haben. Schöne, dass... Ja, gut, ich muss da sowieso hin. Das willst du ja nicht. Ich gehe nach ihm. Aber du bist tot, Arlott! Du kannst nicht hoffen, dass du viel ohne unser Körper erreichen kannst. Der dritte Schatten ist hier. Chaos ist hier! Unsere Gilde ist auf der Brink der Annihilation und ich werde nicht schlafen lassen. Ich bin tot. Du hast wirklich Mut. Ich hoffe, das ist alles, was ich brauche. Nachdem ich es ins Innere gebracht habe, alle die Toten begonnen haben, zu erweckenen. Chaos hat die Forge übergebracht und es in ein flotter Sturmkastel transformiert. Und dann hat Bobben mich zurückgebracht. Ja. Das ist die Szene. Genau. Richtig. Wo die Schmiede an Chaos geht. Und der Schmiede macht da dann den finalen Angriff. Oder er sich es. Ich bin immer noch gespannt, was Chaos hier für ein Geschlecht in der EGA-Version männlich, in der VGA-Version weiblich. Da und Ask. Es ist kein Wunsch. Es ist kein Wunsch, dass ich da drin sein kann. Es ist nur zu hoch. Was mache ich? Hey! Die Forge... ... ist bewegt. Komm hier zurück und kämpft! Nicht weg! Schmiede! Es geht hier hin. Was ist aus der Forge? Und es ist hier eine Ausflugung. Und es ist hier eine Ausflugung. Aua! Der Starschmiede! Der Starschmiede! Okay. 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 Ich kann wieder was machen. Ich kann wieder was machen. Check die Forge zuerst. Bitte! Ich habe nicht viel Leben in mir. Check die Forge... Ich... Ja gut. Dann muss ich das hin. Ich sollte was er mir gesagt hat. Okay. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Jared Butler bei 300, ne? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, können wir hier Folge 2 beenden. Ich bin euer Mr. Venom1974. Und irgendwo hier... Ach, da steht sogar. Tomb 3, 4. Das hat er gesagt. Wo müssen wir hin? Check die Tombstone first. Please. I don't have much life. Okay. Alle müssen wir uns angucken. Gut. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge die Grabstelle an. Ich bin euer Mr. Venom1974. Das ist The Forge. Die Fanfortsitzung zum großartigen Point & Click Adventure. Loom. Und wir sehen uns in Folge 3. Bis dann. Tschüss.